Willkommen zurück zu Undertale! Doof! Na juts! Wow! Ähm, Geistersperr! Hey, Andai lang nicht gesehen! Sieg! Äh, was passiert denn, wenn ich mich so nicht getroffen werde? Autsch! Okay, ah, ah, ah! Okay, ich lande im Regen von den Spätenbrennen, das ist nicht so gut! Hilfe! Lass mich hier weg! Ja, ich renne einfach mal, wenn ich mich bewege, wird sie mich wahrscheinlich einfach... Ah doch, sie wird mich treffen! Irgendwann ist er clever genug, auch mich zu zählen, wie ich sehe. Na gut, dann muss man sie halt immer ein bisschen austricksen. Ah, verdammt! Die, ah, flogen genauso, dass ich nicht dran vorbeigekommen bin. Erst werfen, dann ausweichen. Äh, die flummt. Weiß! Und... Ah! Sie sind nicht ganz ruhig, jetzt an mir hergekommen. Es ist fast unmöglich, den auszuweichen, wenn die mich einmal erwischen. Hilfe! Nein, lass mich hier durch! Jawoll, wir sind raus! Wunderbar! Oh nein, es geht auf dem nächsten bisschen weiter. Äh, Deckung! Ja! Kannst mich unmöglich sehen, ich bin gar nicht hier an deinem! Haha! Haha! Macht trotzdem einfach weiter! Ich bin nicht hier! Ich bin überhaupt nicht hier! Kannst mich nicht sehen! Wobei, so ein Encounter wäre ja trotzdem schon ganz lustig! Öggg! Apa! Du hast Scraggy getürntet! Jaaaaaa! So viel dann zu dem Jungen, ne? Undine? Ähm, Undine, was hast du dazu zu sagen? Du hast ihm gerade ins Auge gestochen. Yo, did you see that? Undine just touched me! I'm never washing my face ever again! Man, are you unlucky! If you are standing just a little bit to the left... Yo, don't worry. I'm sure we'll see her again. BAM! Ähm, ja, nein. Ich glaube nicht, du, lieber Junge. Ich glaube nicht. Sheesh. Ich hoffe, wir kriegen mal einen Encounter mit dem Jungen. Den will ich auch mal da reinschlagen. Der geht mir dann so auf den Keks. So, da haben wir. This cheese has been here so long, a magical crystal has grown around it. It's stuck to the table. Pff, schöner Running Gag. Squeak! Squeak, squeak. Squeak! Knowing the mouse might one day extract the cheese from the mystical crystal. It fills you with Determination! A waterfall crystal. Pff, wir kriegen Determination für jeden Unfug. Hey, Sans. So, I'm thinking about getting into Telescope business. It's normally 50,000 G. But to use, uh, to use this premium Telescope? But, since I know you, you can use it for free. How's about it? Use the Telescope? Na gut. Oh. Oh, ein Prank-Telescope. Oh, wie ungewöhnlich für Sans. Sans, ich verklag dich! Gegen dir hab ich ein lile Auge! Oder Magenta. Hä? Oh, gleicher Text. Äh, Box? Haben wir irgendwas für die Box? Ich glaube nicht. Fertet Ribbon? Hm. Nö. Ich hab echt nix für die Box. Geh weg, du komisches Viech. Hey, den Ice Cream Verkäufer. Oh, I relocated my store, but there are still no customers. Fortunately, I've thought of a solution. Punch cards. Every time you buy an Ice Cream, you can get a... You can take a punch card from the box. If you have three cards, you can trade them for a free Nice Cream. They're sure to get the customers to come back. Nice Cream, it's the frozen treat that warms your heart. No, just 25G. Nein, danke. Well then, tell your friends. There's Ice Cream hidden in the depths of a watery cavern. Oh, ist hier noch ne Kiste? It's a Box for storing punch cards. It's empty right now. Es gibt ne extra punch card Kiste, okay. The ancient glyphs have been painted over with a list of 21 different flavors. Ahem. Ich fände es toll, wenn du nicht sämtliche Bilder an der Wand verschandeln würdest. Lieber ein Nice Cream Verkäufer. Äh, da unten scheint es irgendwie wichtig zu sein. Wir gucken erstmal hier rechts lang. Dark! Wir haben die Ente gefunden! Ich weiß zwar nicht, was für eine Ente, aber wir haben die Ente gefunden! Hm, gut, dann können wir nur hier unten lang gehen. Ja, schöne Musik hier. You hear a passing conversation. So, don't you have any wishes to make? Hm, just one, but... It's kind of stupid. Gibt so das Gefühl, wir werden diese Konversation hier unten noch weiterlesen können, je nachdem, wo wir hingehen? Ah, Aaron lässt mich in Ruhe. Escaped! Aaron, get me off the cakes. It's a pair of ballet shoes. Will you take it? Sure, I'll take it. You got the ballet shoes. Was machen wir damit jetzt schon wieder? Ballet shoes. Ballet shoes. Weapon, Attack 7. Was? These used shoes make you feel incredibly dangerous. Ähm, okay. Ja, dann. Balletschuhe. Warum nicht? You equip ballet shoes. Statt Tough Glove. Tough Glove. Weapon, Five Attack. Blump. 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 Spass uns aber mal ausmachen. Äh, ja. Gut, das hat sich ja gelohnt für Balletschuhe. Vielleicht müssen wir natürlich nicht irgendwann nochmal kämpfen, wer weiß. Blump. Dann, cool. Ring, ring. Banana phone. Hello, this is Papyrus. Versons. Remember when I asked you about clothes? Well, the friend who wants to know, her opinion of you is very murdery. But I bet that you knew that already. And because you knew that, I told her. I told her what you told me you were wearing. A dusty tutu. Because I knew it, of course. After such a suspicious question, you would obviously change your clothes. You're such a smart cookie. This way you're safe and I didn't lie. No betrayal anywhere. Being friends with everyone is easy. Papyrus. Du machst mich noch beklop. Gut, dass wir das Faded Ribbon noch haben. Zack. You equipped the... You equipped... You equipped the ribbon. Gut, dass wir es nicht weggeschmissen haben. Endcounter. Malt small. Just malt small. You won! Is überhaupt noch muls muls kommen, überrasch mich ein bisschen. You hear a pleasant conversation. Don't say that. Come on, I promise I won't laugh. Ich werde aber lachen. Sieg mir sicher sogar. Gucken wir mal, was der Wunsch ist. The power to take their souls. This is the power that the humans feared. Aaaaaaah! Nein. Ich will keine Tentakel-Monster. Keine Tentakel-Monster. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Es verfolgt mich! Es verfolgt... Nein! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Spiel hält mich an dieser Stelle hier fest. Aaaaaaah! 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 Hey there! Noticed you were... Here. I'm Onionsan. Onionsan, you hear? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ich gehe weg! Just Onionsan. Puh! Aaaaaah! Onionsan, don't we know! Aaaaaah! You're visiting Waterfall, huh? It's great here, huh? You love it, huh? Yeah, me too. It's my big favorite! Aaaaaah! Even though... The water's getting so shallow here. I... I have to sit down all the time, but... Hey, that's okay. It beats moving to the city. And living in a crowded aquarium. Like all my friends did! I... 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 Hey, da. Das ist der Ende dieses Zimmer. Wir sehen uns wieder. Wir haben eine gute Zeit. In Waterfall! Das hatte jetzt viel Inhalt. Ja, Undyne wird das schon richten, außer wir finden Undyne vorher. Sharon hat's in the corner, but someone encounters you anyway. Okay. Smile, conduct, hum. Wir singen mal. Your hum is headstrong. Sharon follows your melody. See, re, see, re, see, me, see, me. Na. Sirenenkonzert. Sharon seems much more comfortable singing along. Und wir können sich schon sparen. Wir singen mal noch weiter. Die Hamster-Mor. Monsters are drawn for the music. Ah, wisst ihr doch was. Suddenly it's a concert. Now it's a Sifa, Sifa, Sofa, So, Mi, Re, Fa, irgendwas. Sands is selling tickets made of toilet paper. Sands needs doch hier the Gelegenheit, um Geld zu machen. You have some more. The seats are sold out. You feel like a rockstar. Miso, Miso, Misi. Mi, la, si, mi. The crowd tosses clothing. It's a storm of socks. Es gibt nur Socken in dieser Welt. Niemand hat andere Klamotten außer Socken. You have some more. But the constant, constant, was? But the constant attention. The tours, the groupies. It's all aggressive tooting. It's too much. We have too much peace and honor. We can't do that anymore. Shiren thinks about her future. You and Shiren have come so far, but it's time. You both have to go your own journeys to embark on. You have a farewell song. Final toot. You won! Du hast 0 XP und 30 Golderhalter. Das war ein schönes Konzert. Danke, Siren. The northern room hides a great treasure. Yay, Shiren. Wait. Da ist irgendwas. Die Bodenplatte, die ist anders gefärbt als alle anderen Bodenplatten. Was ist hier Spiel? Spiel, du versteckst etwas vor mir, aber ich weiß nicht, was es ist. Hm. A haunting song echoes down the corridor. Won't you play along? Only the first eight are fine. There's a piano here. Piano! Play it, yeah. Piano! 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 Hm. Oh, ich könnte jetzt Bruder Jakob raus spielen, aber das lassen wir jetzt mal. Äh, dann gehen wir mal runter in den nächsten Raum. This power has no counters, indeed, a human CANNOT take a monster's soul. When a monster dies, its soul disappears, and an incredible power would be needed to take the soul of a living monster. There is only one exception, the soul of a special species, of monsters called a Boss Monster. A Boss Monster soul is strong enough to persist after death. If only for a few moments, a human could absorb its soul, but this has never happened, and now it never will. It's a statue. The structures at its feet seem dry. Ok. If this thing ever permanent unter Regen setzt, dann müsste es den Stein da oben aber irgendwann locker weggespült haben. Naja. Please take one. Ist das dann nur Deko? Ist nur Deko. Hey, Regenschirm. Take an umbrella. Sure. You took an umbrella. Yay, I have an Regenschirm. Äh. Können wir dir hier den Regenschirm geben? Put the umbrella on the statue. Do not. Mahaha. Ist auch nicht in unserem Inventar. Na gut. Put the umbrella on the statue. You placed the umbrella atop the statue. Inside the statue, a music box begins to play. Ich schätze, das ist das Lied, das wir spielen müssen. Okay. Mal gucken, ob wir das nachspielen können. ok. Dann taken an. Hm. Hm. Ich bin nicht gut in sowas. Das hat noch nicht so richtig funktioniert. Das ist nicht so, wie ich mich das erhofft hatte. Wir bleiben hier vorne mal kurz stehen und ich versuche mir über das Lied noch ein bisschen mehr einzuprägen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.